Moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von unserer GGG-Gruppe. Und zwar spielen wir heute Velovent. Wieder mit Jay und Salva. Moin moin. Moin. Und wir sehen uns gleich in der Runde. Ich spiele das allererste Mal. Salva spielt das erste Mal? Fragezeichen. Ja, Ash ist Level 1. Er ist auch Level 1. Aber Jay, der hat hier mega Erfahrungen. Wollen wir mal gucken, wie gut er ist. Ja, bis gleich. Also ich nehme jetzt hier den Brimstone. Den kann ja, jede Folge kann ich ja immer einen anderen nehmen. Also in dieser Folge nehme ich mal Brimstone, ne? Okay, es geht los, meine Damen und Herren. Alles ganze Runde. Mal gucken. Ich weiß, wir haben schon ein ähnliches Spiel. Roach Company. Und viele von euch kennen das Spiel wahrscheinlich sowieso. Oh, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe E gedrückt. Ja, E. Ja, damit hast du eine Spezialfähigkeit. Folgst du wie ich meine Warn. Ich habe... Also in der Vorphase sagst du das noch eigentlich. Und einer unserer meisten ist... Und was kann ich da drücken? Wenn ich jetzt zum Beispiel so mache. Was ist denn mein Ego? Was meine ist, die ist schneller als... Weiß nicht was, als alles. Ich muss halt mal Fähigkeiten leben. So, jetzt kann ich wahrscheinlich erst mal drücken, ne? Okay, haben wir die Bombe? Gegner bei B gesichtet. Gegner bei B gesichtet? Ja. Da ist vor dir einer umgekippt. Was machst du denn mit deinen Mates? Also wenn ich jetzt... Ja, du kannst den Bomben schlagen. Keine Ladungen mehr. Habe ich jetzt mal gemacht. Oh, die sind noch zu dritt auf jeden Fall. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Aua. Von dem. Dann gucken wir mal den J zu. Habe ich denn schon Schaden gemacht? Kannst du nicht sehen. Schade. Kann man nachgucken, was für Fähigkeiten wir haben? Guck mal, kann ich während des Zuguckens jetzt gucken, was ich zum Beispiel für Fähigkeiten habe? Oder kann man das nur beim Charakter auswählen? Was? Um nachzulesen, nachträglich. Nachlesen. Kannst du nicht. Gibt es Granaten? Was, ja. Also, ja, nee, halt, kommt drauf an, welchen du hast, ne. Manche haben Granaten, manche haben keine. So, ich dachte, das wäre... Nein, nein. Ich dachte, jeder hat Granaten dann. Aber kann ich jetzt nachträglich nachgucken, was meine E macht zum Beispiel? Ja, ja, kannst du. Wo? Wenn du kaufst. Ach so. Warum machst du hier ne Barriere hin? Puh! Da sind die da, zu dritt. Ja, da ist er. Ja, nicht auf ich. Hat er. Wir sind drei tot. Ach, er hat ein Magnum gehabt auf mich drauf. Und ich schieße die ganze Zeit auf dem, ey. Also meine Waffe ist scheiße, die ich gekauft habe. Die schieße Streuschüsse. Ja, die darfst du nicht kaufen. Ja, ich habe ja keine Ahnung. Was ist die Batterie hier? Ah, der hat Fähigkeiten gelegt, ne. Was ist denn das Rote hier? Ach, keine Ahnung, ich habe sie jetzt einfach kaputt geschossen. Er ist da, wo ich gestorben bin. Wo bist du gestorben? Völlige Verwirrung. Völlige Verwirrung hier. Hinter dir, hinter dir. Haben wir auch schon gewonnen. Cyber komplett im anderen Film? Ja, ich konnte den Gegner, der mich getötet hat, schauen, was er macht. Was? Nein, du hast mich angeguckt. Du kannst auch nicht die Gegner sehen. Du kannst auch nicht gucken, was die Gegner machen. Kann man rennen? Ne, ne? Ja. Also meine kann rannen. Bei mir, bei mir. Ah, ah. Kamera ausgeschaltet. Sind die alle bei dir? Was nicht? Kommt man hier gar nicht durch Türen oder muss man die Türen irgendwie extra aufmachen? Gegner bei A. Perzieh dich. Geht vor, gehst du dich. Wenn man immer ein Spiel zum allerersten Mal spielt, ist das immer so verwirrend. Oh! Ja, bei mir ist auch einer. Gucken wir mal, was der Jay macht. Der Jay hat einen gemacht. Was macht der Tyver? Oh, Tyver hat einen getötet. Was ist da denn los? Der Jay hat einen Kill. Oh, ich fühl mich nicht. Mit der richtigen Waffe, Digga. Der Jay hat einen Kill. Der Jay hat einen Kill. Ich brauch das. Dankeschön. Ah, man kann sich auch einen Panzer holen. Ja, also man kann auch Waffen anfragen. Und dann können halt andere Leute das kaufen. Zum Beispiel habe ich gerade in SunMate da eine Vendal gekauft. Weil die kostet 2.900. Ah, ich habe gesprayt, scheiße. Gesprayt? Ja, also ich war zu da im Spy. Also bei A ist einer. Also wenn ich das so mache, dann macht es boom, boom, boom. Das war ich. Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier mache. Irgendwas getroffen? Ihr müsst auch mal den Händen machen. Ich habe gar keine Ahnung, was hier abgibt. Aber ein. Ich habe ja gar keine Ahnung. Was darfst du jetzt hier zum Beispiel schon wieder? Ey, hier darf ich nicht anschließen. Gibt es Freundschaftsfeuer? Was? Nein, aber hier... Ihr gebt mal irgendwelche in den Porteu da rein. Warum? Äh, der ist an der Box rechts. Was sind das für Sachen hier? Der ist im Raum, Silver. Übernehmen die Punkte für einen Ultrapunkt. Genau. Bleib deine Ecke, Silver. Bleib deine Ecke. Noch 10 Sekunden. Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, bleib du in einer Ecke stehen. Bleib du in einer Ecke stehen. Nein, nein, nicht da rein. Ja, egal, haben wir eh gewonnen. Ich habe gar keine Ahnung, was hier abgeht. Du hast doch nicht gehört. Du hast gerade eine... Los geht's, Prim. Lass die Extinction fahren wehen. Report um Bono, Aufwahl erzeugt, dass Seenpack einfällt. Bei Spielern schnell Feuer rauchen. Ich habe keine Odin. Die wird gleich gekauft, Digga. Nein, nein, der kauft bitte keine Odin, Mann. Doch, Mann, die sieht geil aus. Es ist ein LMG, Mann. Du bist blöd, wenn du gerne LMG holst. Ich fand, Valorant fand ich allgemein noch nie so toll wie die ganzen komischen Fähigkeiten. Scheiße. Ja, die haben Sniper. Jemand getroffen? Oh, und jemand hat Flamme wie ich? Ich. Wo ist noch wer? Ah, der andere ist hier oben. Aua, aua, aua. Hä? Die haben halt er mich dann abgeschossen. Hat er, hat Alva mich jetzt getötet? Nein, nein. Alva, neben dir. Hinter dir, jetzt. Hinter dir, hinter dir, jetzt. Gleich. Ah, der schießt auf unser Maid. Der hat auf mich geschossen. Ja, und auf dich. Ja. Ey, der hat auch rot geleuchtet. Bleib bei meinem Stimpack. Dann machen wir sie gleich. Ah, geil. Ja, die war schon cool. Nein, bitte kauf die nicht nochmals selber. Die ist gut, Mann. Kann die besser zielen. Die ist gut. Du hast eine gar nicht gezielt. Die ist gut. Darauf uns. Ja. Leider. Was macht denn seine komischen Markierungen? Gegner bei A. Gegner bei A. Wie hast du das denn gesagt? Ah, ich war abgeschossen. Ey, drei Schuze, ich bin direkt tot. Gegner bei A. Gegner bei A. Oh, warte mal. Meine Chem ist, glaube ich, unfokussiert gewesen. Sie haben mein Stimpack gefunden. Gucken wir doch mal den Cyber zu. Ist doch mal lustig. Ja, Salva. Was hast du gemacht? Da, rechts von dir. Salva, rechts von dir. Da aus der Ecke kam der Schuss. Ja, genau, da. Da, wo die Rauchwolke ist. Genau, da, wo er hingeworfen hat. Ja, guck mal, da wirft einer rum. Das sind so Sachen. Da kommt Schüssel. Also, er schießt einfach mindestens. Ja, aber ich muss nochmal jetzt zur A gehen. Krieg's gegen das Auge. Krieg's Auge. Cyber, er plantet. Geh rein, geh rein, geh rein. Was schießt ihr jetzt einfach rein? Gut. Voll gegen die Decke geschossen. Oh, Salva, bitte kauf dir nicht. Tut das LMG weg. Ich kaufe dir jede einzelne Waffe, Junge. Aber bitte nicht mit LMG. Weil, wenn der Typ dann noch drinne gestanden hätte, hätte er einfach den Hut nur abgeschossen. Aber, guck mal, der wollte gerade, dass du defuest. Okay, wenn er aufhört bei der Mitte, wenn er das so gut fühlst. Sind schon irgendwelche Muster aufgetaucht? Beinefresse, dann soll ich Stand kaufen. Ja, warte, du kannst mir eine Phantom kaufen. Geht, drück B und dann gehe auf meinen Namen und dann kauf. Danke. Ah, okay, danke. Ist. Weil ich bin ein bisschen safe. Lustig. Aber ich hab gerade meine Ulti so verkackt, ne? Okay, ich hab die jetzt. Fantan. Mama, wie lauft man hier? Ah, ich hab die Umstellung hier. Ah, die Fähigkeit, wenn ich niemals immer lebe. Ah, scheiße. Ich hab noch gar nichts geschossen gekriegt. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht im Spiel. Ihr könnt mir ja mal an dieser Stelle ein Abo dalassen. Nee, auf der Seite. Weil ich so gut bin. Ey, die Waffe ist scheiße, man. Der hat einen Streuschuss. Die andere leise, leise, leise. Die andere Waffe ist besser. Letzter Leben der Verbündeter. Jay ist allein. Einer weniger. Er macht sie einfach beide. Wir sind einfach die Besten. Und Ball an. Oh mein Gott. Das war ja nicht so gut. Ja, wenn ich meine Lieblingswaffe gefunden habe, dann kicke ich auch. Gute Kill. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Auf dir eine andere Waffe. Auf jeden Fall keine LMG. Vielleicht eine Sniper. Aber... Guck mal, Leute. Ich hab zwei Punkte einfach mehr wie Salva. Bin ich gut? Ich frag mich auch, wieso. Wie? Aber, aber... Moment, Leute. Ja? In der Zeitliste bin ich erster Platz. In der was? Warte, was? Auch in der Zeitliste? Nein, bist du gar nicht. Du bist Zweiter. Nee, Runde 3 bin ich Erster. Steht hier. Warte. Deine beste Runde war die dritte Runde. Runde 3 bist du Zweiter. Bei mir bin ich Erster. Wie viele Punkte hast du? 207. Ich hab 547. Ja, das stimmt. Nein, du hast bei mir 290. Nein, in der dritten Runde hat er 547. Ja. Achso, ja. Das war der Spektest. Meine beste Runde war die zweite Runde. So, Leute. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. So, dieses Mal nehme ich Jett. Keine Ahnung, was die kann. Wenn wir in the Game feststellen. Leute, guck mal. Im Gegnerteam ist ein Bunny. Keiner rührt das Bunny an. Der Einzige, der welche tötet. So. Ich hab aus Versehen eine Runde nicht aufgenommen. Oh, oh. Egal. War ja jetzt nur eine Runde. Die Aufnahme läuft ja schon wieder. Hab aus Versehen vergessen. Ich wollte euch den Anmut nicht antun. Stiften wir etwas Chaos. Okay, Cyber? Okay. Die Sage ist bei... Ah, äh, die gehen alle B. Die gehen B. Wo ist B? Wo ist B? Okay, nein. Nein, nein. Da hole du gerade das. Schleiche. Hinter dir. Hinter dir. Achso. Du Idiot. Ja, ich hab einen. Ich hab einen. Die haben die Bombe verloren. Ja, bleib bei der Bombe. Da. Ich krieg der Rückendeckung. Ja. Ich bin einfach der Beste. Behind you. Ich bin in the King. Hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da hat mich voll abig. Aber die sind zu zweit. Ja. Macht meinen Ansturm Schaden, wenn ich... Hätte ich sie jetzt angestürmt? Was? Nein. ...getroffen? Also ist das nur zum Flüchten? Ja. Noch 30 Sekunden. Oder ob du hochzukommst. Aber egal, ich hab Dickpunkte gemacht. Hahaha. Mann, war das Spiel. Oh mein Gott. Was? Ja, hast du nicht gesehen, was... Äh, wie heißt das? Dingestens gemacht hat. Bleib bei meinem Stimson. Dann machen wir sie platz. Also hier, während der Aufwärmphase, kann man unendlich benutzen, seine Fähigkeiten, ne? Ich kann nicht jetzt hier so rumspringen, wie ich lustig bin. Bro. Aber die sind jetzt weg. Die sind weg. Gleich kriegst du Angst, Omen. Also man kann nicht alle benutzen, ne? Du Idiot. Und er meckert mich jetzt an, weil ich die benutzt hab. Ich scanne voraus. Sch-sch-sch. Sch-sch. 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 Keine Ahnung, was ich aktiviert hab. Der A-M-Back hat richtig. Hab ich Kraft getroffen. Spike in B. Eins getötet, der andere halbgeschossen. Abgeschossen. Was war 10 nochmal? Lockiere die Sicht. Achso. Okay. Man muss es ja ausprobieren. Sie laufen mindestens immer zu zweit. Wir machen das aber auch klug. Ja. Ein Gegner übrig. Alter, das war so ein Lucky Shot, aber ein guter Shot. Bei mir? Alter, das verstehe ich auch nicht. Hinter dir, hinter dir. Bei wem? Hinter wem? Ja, bei dir. Hase, Hase. Hase, das führt jetzt wie ganz schnell. Ich hab auch drauf gestorben, sie nicht gestorben. Das bin scheiße. Bleibt alle bei B. So lange hat er die Bombe beschützt. Und, äh. Ja, lauf mal so leise, wie denkst du denn, Swayze? Ja, schütten an! Aber meine Old ist bereit. No, wir First-Time-Player. No, no. Too much. Nein, weiter Englisch. Meine Oma hatte recht. Unkraut vergeht nicht. Unkraut vergeht nicht. Unkraut vergeht nicht. Gut Englisch. Gut Englisch. Gut Englisch. Why don't you talk? Ich find das so schade, dass damals Deutsch nicht als Weltsprache eingepführt worden ist. Ich find das so schade. Ich find das so schade. Ich find das so schade. Und da ist noch einer. Voll in die Mutti geschossen. Ah, Jay ist schon so ein kleiner Sexhäler. Der mag das gerne in die Geschlechtsteile. Was? Go A? Was? Leise, leise. It's okay, we have both of the places covered. Und not anymore. Jay, Jay, unser Mann. Er ist der eine, der alles kann. Jay! Das ist die Magazine. Und dann geht's gleich weiter. Wer schießt denn da auf die Waffe? Weiß ich nicht. Also ich mein, was soll das bringen? Wir haben doch alle einen, oder nicht? Warte, Hase und Cypher geht B. Ich kann dir einfach einer, ja. Nein, nein, nein. Komm mal, es ist einer... Es ist einer B. Die sind ja auch da hinten alle. Oh, das macht ja gar nichts. Warum lacht der? Ah Mann! Mein Uli hat gar nichts gebracht. Er lacht sich einen ab. Er lacht sich einen ab, du. Jetzt musst du A gehen, die sind alle A. Cypher alleine, du. Alle gucken Cypher jetzt zu. Alle gucken jetzt Cypher zu. Cypher, sonst geh einfach, dass der eine Waffe behältst. Cypher, 300 Abonnenten gucken dir jetzt zu. Cypher. Cypher kann weder nicht reden, er ist hochkonzentriert. Ja, ich bin nicht... Hochkonzentriert sein. Ja, pssch, pssch, pssch. Cypher, Cypher! Hinten, bum bum. Cypher. An deine Rechte. Ah! Oh Scheiße. Ich hab doch getroffen, warum ist die nicht gestorben? Ja, du hast... Cypher, du bist gelaufen, hast dabei geschossen. Sie ist Matrix-mäßig ausgeblieben. Sie ist Matrix-mäßig ausgeblieben. Sie ist Matrix-mäßig ausgeblieben. Gut. Wo bist denn du? Ich bin weh. Ich bin weh. Ich bin weh. Ich bin weh. Ah Mann! Halva, hast du? Ja, einen. Ich hab auch einen. Ich hab mich alle weggemacht. Von hinten. Aber die waren alle RB. Halva! Ah! Ey, einer hab ich gekriegt. Was soll ich machen? Der andere war von hinten. Raina, Raina hier. Ich hab doch keine Augen. Raina, Raina hier. Und Fähigkeiten kann ich gar nicht benutze, weil ich muss erstmal auf die Tastatur gucken. Ey, ich hab's. Ruhig. Ja, wir müssen rushen. Ohhhh. Das hat weh getan, oder? Was ist das denn? So bad, so bad. Ich hab jetzt gesagt, so bad. Hör mal zu. Wir töten sie, bevor sie uns töten. So bad. So bad. So bad. Noch Ausrüstung. What the fuck was that laugh, man? Ja, nächstes Mal machst du's besser, ne? What the fuck? Ich hab einen getötet. Träng dich ein bisschen an. Träng dich ein bisschen an. Ein bisschen anstrengend. Ist ein bisschen crazy. Einfach ein bisschen anstrengend. Ja, du. Träng dich einfach ein bisschen an. Träng dich bitte ein bisschen an. Träng dich ein bisschen an. Bei dir war ich zu fliegen. Da ist er. B, 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 B. Ich komm, B. Digga, ich hab ihn mehr Schaden gemacht, aber... Ah, Mann! Du ärgert mich dann, ne? Hä? Warum... Warum sterb ich doch vor? Ich hab Schuss sogar. Ja, das versteh ich nicht. Wieso stirbt man denn so schnell? Ja, weil du dir keine Rüstung kaufst. Du kannst dir für 1000... Für 1000 kannst du dir Rüstung holen. Schwere Rüstung. Hab ich doch. Also nicht. Ja, lass ihn doch. Er hat Headshot bekommen. Ja, dann musst du ducken. Nein, echt? Junge. Guck, genau so wie die Rüst gerade den einen Headshot hat. Granate! Keine Ladungen mehr. Letzter Leben. Guck mal, im echten Leben würdest du auch direkt sterben, wenn du einen Kopfschuss abkriegst. Einen Gegner übrig. Ja, guck, der hier zum Beispiel hat auch voll drauf geschossen. Guck mal, er macht die alle weg. Where the fuck is the spike? Hinter der Mauer. Kommt der da ran? Nein, nein. Da, die Bombe. Oh Mann. Ja, warte, wir haben trotzdem verloren wegen der Bombe? Ja, natürlich. Weil die haben eine Sage frei gemacht. Jetzt habe ich eine Shotgun. Ich habe eine Shotgun, Baby. Verkauf dich wieder. Ich versuche, ich werde das machen. Ich versuche, ich werde das machen. Was ist los? Man verliert aber tot die Munition, ne? Was? Ja. Wie kann man nachladen? Ja. Sein Verkauf haben gerade. Ja. Sein Verkauf haben gerade. Habe ich irgendwas getötet? Warte, da ist die Tür zu. Ja, ich sehe das auch gerade. Ja. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Da ist noch einer. Ah, von rechts. Einfach ballert rein. Du hast ja auch einen Shotgun. Ja, ihr müsst mal auch hinter euch gucken. Und neben euch. Ja, Saver jetzt hinter dir. Da bei der Tür. Ja, da. Schieß auf das Auge. Okay, Saver. Nein, nein, guck hinter dir. Saver, guck hinter dir. Ja, guck da hin. Du kannst auch E drücken, ne? Und ein paar Bomben platzieren. Nice. Aber du hättest aber auch E drücken können. Und da Bomben reinballern können. Lade nach. Holen wir uns diese Idioten. Holen wir uns diese Idioten. Alter, ihr habt das Spiel auf Deutsch? Ja. Saver kannst du mir eine Phantom holen. So, wo ist denn dein Geld? Ja, drück B und dann, ja, ich save die nächste Runde. Wo ist denn dein Geld? Wo ist denn dein Geld? Ja, nein, ich spare die nächste Runde. Das findet er. Yes. Okay. Alles gut. Los. Haus ist vorbei. Haus ist vorbei. Los, los, los. Wuhuuu. Ja, ja, haut's schon ab. Keine Ladung übrig. Hör dir jetzt alle. Wait, 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 Reina. Here, 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 here. Ja schön, ich hab direkt Kopfschutz gekriegt! He Fire immer noch mit seiner camping sen. Willste da nicht mit rein? He scpp reina, here, here stair mit dir. Ein cyber wird mich freuen. scyver hat ihn weg geballert what the fuck also pscht guig b b b b b b b b bu 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 oh mein naja er b gesagt ja defuse defuse da hinten in der ecke Was heißt das? Ja, entschärft. Komm, der ist da oben einfach. Ja, Cypher. Cypher, geradeaus. Da lenkt, kommt er. Cypher, Cypher, Cypher. Daumen, daumen, daumen. Jetzt. Mach Stress. Drück Q und werf die Brandbombe da rein. Ja, du hättest einfach die Brandbombe da reinwerfen können. Mann, Cypher. Du hast also Fähigkeiten, wenn du sie nicht benutzt. Ja, ich muss das auch gucken, Digga. Das ist nicht wie bei Lois, wo ich den Cent draufklicken kann. Ja, es ist nix wie Lois, Cypher. Ja, was ist das? Du kannst nur L.O.L. Da wirst du ja nicht mehr so gut drin. Nee, Spaß. Jetzt gehen alle P. Also echt. Ich bin B. Wo spawnen die Gegner eigentlich? Andere Seite. Leise. Fähigkeit aktiviert. Leise. Ich hab Ulti-Weldig. Leise. Good one. Was macht meine Ulti? Leise. Wait, there's someone behind us. Hey. Wo stehen wir hier? Gut dann. Nicht wieder aufstehen. Ich hab ihn getrunken, rausgelaufen. Ihr seid weiter, ihr seid weiter, ihr seid weiter, ihr seid weiter, ah. Oh, ich bin fast so. Ah, shit. Der Verbündeter. Bei B, bei B. Ich mach C, mach C. Bei B, B, B. Cypher, mach C. C. Wo ist C? Achso, drück C. Achso. Ja, ich muss, wie gesagt, ich muss drauf gucken. Das C muss er unter dir werfen. Das wird zum Helfen, nicht für die Gegner. Hat sich jemand den Finger eingequetscht? Ich hab keine Waffe, fällt mir gerade auf. Ich nehm die Sniper. Ah, okay. Wieso rechts lang, Sniper? Geht da lang. Da hin, da. Voll erwischt. Voll erwischt. Voll erwischt, der war so ein bisschen schockt. Okay, geht durch, selber. Ein Gegner übrig. Hey, ich bin echt angewischt. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Also, vom B kommt der. Ich hab' ihn voll beim Laufen weggesnavered. So, jetzt könnt ihr nochmal alles abgeben. Gehen bei, gehen bei. Request. I have everything. Junge. Englisch 1+. Krieg ich ein bisschen Beute? E.K.B. Ja, komm, schneller. Ja, 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 ja. Ich hab' vorhin zwei einfach weggesnavered, weil ich so gut war. Leise. Leise, ruhig! B.B.B.B.B. B, B, B. Blockiere die Sicht. Blockiere die Sicht. Oh nein, ich mach' rechts. Also, jetzt, ey, brauchst du dir auch einen Sniper, dann... Vorhin hab' ich richtig gut getroffen mit der Sniper und jetzt auf einmal gar nicht mehr. Und Cyber sah auf, bei sich die Shotgun zu holen. Einmal auf, die Shotgun zu holen. Oh, Cyber hat damit angetötet. Cyber, kauf' weiterhin die Shotgun. Pass auf, pass auf, die kommt da gleich durch. Nicht da reinschießen. Aber, Jay, ich hab' genauso viele Kürze wie du. Nur mal eben so, by the way. Ja. Ja, weil du einfach schlecht... Aber du bist schlecht. Links. Letzter Leben der Verbündeten. Weiß der! Ja, haben doch gewonnen. Wir haben das Leben gestossen. Keine Ladung mehr. Aber, der Kollege hat dann auch letztlich... Seitenwechsel, Leute. Keine Zeit zur Neupositionierung. Ich hab' keine Waffen mehr. Ja, Seitenwechsel. Jetzt hat mir die Attacker. Wir sind jetzt Attack on Titan. Let's go... Let's go, B. B, B, B. Yes, Sir. Blöde. Oh, this is one. Wer ist das Cyber denn alleine? F. Ja, er weiß nicht, wie man ein Seil benutzt. Auf F. Den rechten. Timber, bleib... Timber, bleib... Kann erst einmal wieder hierher kommen. Timber geht zurück zu Jay. Er ist noch ganz allein. Ja, okay. Ja, kommt nicht hin. Bleibt da. Ja. Leute, es geht los. Also. Ich scanne voraus. Hab sie gefunden. Da wird die sind vor uns. Gegner bei B gesehen. Hey, wenn ich schlade, laufe ich langsam. Was ist das? Hey, hey, was war das? Ah, hinter dir, hinter dir, Digga. Schlechterzug. Der hat mich von hinten getroffen. Spike in B. Komm. Wie markiert man denn? Nicht selber. Dann kann man das gar nicht. Ah nee, das ist gar nicht selber. Weiß her. Ich hab doch voll rauf gezielt. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal haben die Gegner immer Vorteil. Keine Ahnung. Was für Vorteile? Du hast komplett daneben geschossen. Der Gegner, der war recht sondiert. Du schießt nach links. Der ist ja herrlich. Hab ich leider nicht gesehen. Ich bin ganz alleine, B. Ja, ich komm mit. Cyber bleibt da. Cyber zieht dein eigenes Ding durch. Du mit der Shotgun machst ja alle. Cyber hat fünf Kills. Mehr Kills hat er noch nie in Roach Company geschafft. Ey, ey, ey. Das war offensichtlich. Schocken zu holen. Er ist gut. Er ist immer scheiße. Aber er hat mehr Kills als bei Roach Company. Ja, bei Roach Company hat er ja auch nicht meinen Kills. Puh! Du oder ich? Da oben. Spike in B. Wer hat jetzt mehr Kills? Links an dir, links an dir. Hase links an dir. Ey, mit so einem kleinen Visier hat er mich getroffen. Hä? Ja, du musst auf den Fangenkreuz einstehen. Ey, Mann, ich hätte Fähigkeit bin. Ich wollte ihn von mir. Hase, ihr seid Angreifer. Ihr müsst nicht verteidigen. Wer hat denn die Wanne? Und drück mal Schiff, wenn du läufst. Da wo der Kurs oben bei B. Hase, drück mal Schiff, sobald du läufst, okay? Schiff? Ja, zum Schleichen. Ja, ich hab doch ihm geschlicken. Was? Nein, hast du nicht. Jawohl. Ich bin da hängengeschlichen. Du warst, du warst lauter. Weißt du, ich hab gedubt. Ja, was? Aber ducken ist doch das gleiche, oder nicht? Was? Nein. Ja, doch schon, aber da bist du langsamer. Und Schleichen ist besser als ducken. Ja. Zumindest, wenn du jetzt nicht gerade kurz so ein Gegner bist. Und zwar, der Barty ja kein Gegner, außer der... Er hat mich abgezielt. Er hat mich weggemacht. Entschuldigung. Außerdem mit meiner Schotze kann ich kein Fadenkreuz machen. Ja, mach das nicht jetzt. Ich hab hier so einen dicken, fetten Käfer auf dem Bildschirm. Wie kam die denn hier rein? Hab mich erschrocken. Bin ich im Käfer auch, der hier rum kann ich hier auch machen. Also, ruhig! Einfach drück Kuh. Ich hab da eine Brandgranate hin. Drück Kuh. Ja, und jetzt gegen die Wand. Oder einfach so. Egal. Schieß! Baller! Mach! Tu! Ja, weil du ja mit einer Schotgun mit allen Kugeln treffen musst und nicht nur mit zwei Splitter. Kauf dir mal eine richtige Waffe, Alter. Du gehst mit Schotgun nur auf Lanker. Jetzt! Drück R! Lade nach! Du kannst es machen, Bro. Bleib deine Necke, bleib deine Necke. Ja, was machst du da? Press, press C. Hinter dir. Drück C, hat er gesagt. Drück C. Drück C auf dich. Nice. Nice. Ich muss doch gucken auf die Schotgun. Kaufe dir jetzt eine vernünftige Waffe. Keine Schotgun. Jetzt bin ich ehrlich. Kaufe dir keine Schotgun. Ja, was denn dann? Ja, von den Sturmgewehren. Hol dir ein Sturmgewehr. Die Schotgun habe ich jetzt. Ich habe jetzt eine Schotgun. Ich habe jetzt eine Schotgun. Jetzt musst du aber auch in den Nahkampf gehen, okay? Ja, ich gehe immer in den Nahkampf. Ich bin gut. Hey, was geht? Ja, Mann. Ich war kein eigen. Ganz gut, Digga. Ganz gut, Digga, sagt er. Laufen alle nach oben. Ich habe doch voll mit der Schotgun aufgezählt, Mann. Also, mir geht es nicht mehr gut. Ich bin tot. Ah. Ein Gegner übrig. Ja, geil. Hey, this one shot, this one. Schieß. Schieß. Ja. Er hat den Fuß getroffen. Zwei. Er hat seinen sechsten. Okay, Mann. Ich habe noch was zu erledigen. Bibi, bibi. Mit unserem Mate. Nein. Nein, ich habe meine Waffe weggeworfen. Die liegt auf dem Boden. Hast du die Waffe geworfen? Nein, meine Waffe liegt auf dem Boden. Wieso wäschtet ihr auch runter? Schleifte meine Pistole auf. Ich habe nur noch ein Messer. Auf welcher Pistole habe ich das denn weggeworfen? Also. Okay. Ich habe doch F gedrückt. Ich treffe einfach nichts da hinten. Habt ihr einer? Ja, es scheint auch Waffen. Wer braucht Waffen, ey? Da werfe ich einfach meine Waffe in den Abgrund. Bist du ab. Das ist einfach richtig gut in dem Spiel. Und er benutzt nicht mal Fähigkeiten. Er hat noch nicht einmal sein E benutzt. Das ist einfach drück mal E. Wir haben ein paar Bomben. Das ist einfach E oder X. Ein Gegner übrig. Unser Träger wurde erledigt. Spice in B. Ja, das ist verlaut. Ah, wir haben geworfen. Ulti. Ulti, Digga. Ulti. Ich habe darauf gewartet, dass hier irgendwo auftaucht. Salva. Hat er wirklich was gemacht mit der Ulti? Lange Weine mit mir ehren. Ich kann doch überall spielen mit der Ulti. Ich habe nicht gesehen, weil ich ihn getötet habe. Nee. Kannst du mir eine Waffe holen? Salva, kannst du mir eine Waffe holen? Äh, ich wette. Danke. Ähm. Benutzen mache ich jetzt nämlich, damit ich keine Ausrüstung mehr wegwerfe. Mache ich meine, benutzen die jetzt auf meine Maustaste. Was man benutzen da? Rück nach! Geht nicht. Hä? Äh, wie, wie. Ah, geil, ich habe den Dinger aufgesammelt, habe ich gestaunt. So, einer war da, wo ich war. Alter, ich ballere da alles Mögliche oben hin. Der geht einfach nicht, Tom. Ja, kannst du ihn kurz leisten, so. Einer auf Boden. Jawoll. Einfach reingeballert. Lade nach. Mehrere Gegner bei A. Oh. Warum ist da... Warum ist da bei... A. Warum haben wir verloren? Bleib angespannt. Ich bin dann mal weg. Jetzt bekomme ich den Spike mal, Alter. Request. Brauch Ausrüstung. Ich habe da erst gedrückt. Folge dem Projektieren. Ach so, das war kein anderes. Ähm... Äh, 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 äh. Ey, ey. Ey. Ach. Dann schmeiß ich meine Ausrüstung nicht aus Versehen wieder in den Dingsum rein, ey. Ja, kann sich fast zu leise sein. Hab die Jets. Hab die Sage. Ja, einer ist immer da, wo ich bin. Hat mich getötet von hinten. Hat er mich verarscht. Fight passiert. Fight passiert. Fight passiert. Fight passiert. Besser. Schlepp doch einfach! Ja, eigentlich. Ein Gegner übrig. Okay, gut. Gegner bei A genrichtet. Über bei A. Letzter Leben der Verlinder. Auch schon. Der ist slow, der ist slow. Geh da gar nicht schon hin. Renn. Ja, schaffst du nicht. Nimm deine Ui... Ah, nee, 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 nicht. Klapp. Der ist ha-ha-ha-ha-ha. Ja, schieß den einfach ab. Doch nicht. Ich brauche meinen Monitor, Freund. Mein Köchern ist voll. Wo war er denn? Hab ich nicht gesehen. Komm her, Renn. Was ist ja auch nicht. Ich hab zu B. 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 Woher hin geht das A? Look. 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 Klapp drauf. Gegner bei B. Los, los, los. Keine Ahnung, ob da überhaupt irgendwas ist. Die Jagd beginnt. Hä? Was ist los? Einer, die Folge geht schon in eine Dreiviertelstunde. Ein Gegner noch. Halber und Jay. Ihr beide macht es jetzt. Blenden sollst du. Oha, er hat ein Ass. Ja, aber es ist die Fähigkeit, die ist zu okay. Laden und schießen. Muss los. Bin dann mal weg. Ich kann euch was kaufen. Kannst du gelten. Kannst du mir, kannst du mir Rüstung kaufen? Ja, Rüstung kann ich dir nicht kaufen. Geht das nicht? Nee, Rüstung kann man nicht kaufen. Ah, schade. Also, Hase, ich wollte nochmal sagen, du hast gerade mal erst in der Zeit gesagt, in der Zeit, wo du gesagt hast, dass wir ganz genau gleich viele Kids haben, habe ich sehr viele Kids mehr als du. Ja, ich bin ja auch, ich wollte ja auch dich nicht schlecht dastehen lassen. Ah. Nee, ich wollte dich schlecht dastehen lassen. Grenate! Einer weniger. Unser Zweinträger ist tot. Spike in B. Ich bin echt angepisst. Oh. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Ach, das Stummgewehr ist nicht drin. Einer wird wiederbelebt. Wie geht das? Wie geht das? Hm? Sunny Sage. Ja, Mann! Ich habe mir an einen Flattbatter reingeworfen. Ja, ein Kopfschuss, Digga. Guck mal, Will. Manu. Guck mal. Letzter lebende... Oh, ist der... ...taub, Alter! Always, man! Ja, der hat nachgeladen und ist gestorben beim Nachdenken. Alter, Junge, warst du mit seiner Maus kaputt? Junge! Ach du Scheiße! Was denn bei ihm da los, Alter? Da kommt nicht mehr. Ah! Der spielt ja nicht. Der spielt ja nicht. Nein! Der spielt ja nicht. Der spielt ja nicht. Wie sein Game da aussieht, als ob seine Maus immer so ganz leicht. was auf kurz junge i can speak good english ich sag einfach kursseite of course deutsch englisch 1 heise peter in den arsch ich mach gleich meinen weg ihr doch nicht reingehen hier kommt schaden gegner bei baby gesichtet wo waren wir vor den rücken geschossen da alex kann ja nur marzianer sein markieren kann man ja nicht wie kann man da markieren ja wir spielen ja auch schon fast eine stunde eine folge eine schon ein krass sagt ihr mein damen herr es hat meine kommentare sagt ihr voll krass oder sagt ja aber sie da noch ein abo da lassen ich hab die bombe nicht nein darf doch nicht wahr sein aber wir wollen die ganze zeit nur auf ich hab keine ahnung mann junge ich will in dein team wir verlieren jetzt gerade die runde dann habe ich nicht reaktion wie eine mause nicht mal wie eine maus sein ping war 200 ich habe eine schaddi nein kauf dir eine richtige waffe die runde ist wichtig ja aber ich habe kein geld mehr ich habe nur geld für eine schaddi nein den kaufe ich nix der smith ist zu scheiße hallo der ist letzter der 20 tode ja ok ich hab 18 aber ich kann höher springen mal oben man weiß gibt mir doch rückendeckung nicht doch recht schlecht du bist fast letzter junge ich bin älter also ich habe elf kürzmann nein das sehen wir ja gleich ja meine damen und herren das war wenn man für heute lange genug die gedauert die folge wir sehen uns beim nächsten mal wieder haus rein bis dann tschüss